Hallo Leute, Appus auf trocken am Start, meine Freunde. Heute geht es um das wichtigste Thema. So viele Leute haben geschrieben, du dreckiger, du hässlinger. Und auch, was ist mit dem Gurkensandwich mit? Also die Nachfrage war wirklich diesbezüglich am höchsten, auch ungehend im Gurkensandwich. Ich hab mich letztens schon echt an die Mangel genommen und hab dann gesagt, ey Red, jetzt mal real talk. Scheiß mal auf alles. Was ist damit? Was ist hiermit? Was ist damit? Was ist mit diesem scheiß Gurkensandwich? Kann ich aber jetzt schon mal sagen, das hört sich ein bisschen behindert an, aber ich bin Gurkenspezialist so. Das Ding ist, ähm, sich beleidiget ihr Vögel. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hab das schon mal behindert, aber ich sag's noch einmal. Ich bin Gurkenspezialist so. Warum, wie, weshalb, abo, bieb, ne. Wie gesagt, Gurkensandwich are Gurkensandwich upgrades. Okay. Ich kann nochmal kurz ein bisschen spoilern. Aktuell bin ich ein Gurkensandwich mit fünf Zimmern und es ist ein sehr unangenehmes Thema, muss ich zu tun. Und so unlogisch wie es klingt, das Gurkensandwich, es war für mich und meine ganzen Vorhaben viel zu klein. Also ich hab das so ein bisschen überschätzt und ich brauche was Größeres. Ich brauche noch mehr Raum. Und deswegen, keine Ahnung. Freunde, leider, wir fahren am Start. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr abonniert, aktiviert die Glocke. Sofort. Haut rein.